hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video heute mit meinem freund chicken hd sag hallo ja wir haben ein bisschen lammer tycoon also ja ich nicht also ich vor allem weil ich will mein haus noch umbauen ihn werdet ihr fast nicht sehen also nur hören aber ja wir sagen heute wie schon gesagt lammer tycoon wir sind jetzt gerade auf seinem grundstück weil ich noch nicht so weit bin ja also ich bin schon weit ich zeige ihnen man soll es zeige ihm ein shop zeige ihm ein shop zeige ihm ein shop zeige ihm ein shop ja dann ein bisschen viele äxte ich weiß auch nicht wo er die her hat aber ja alles erfahren ja auf jeden fall ja dann noch förderbänder das ist so halt sein job ich glaube ja mal ein auto ja gut also wir gehen mal zu mir rüber ja das ist meine base dahinten so sieht meine base aus wenn heute ein bisschen umbauen und jetzt habe ich hier noch schnell nuss gut geholt auf der anderen insel und das ist ja viel zu dick scheiße ja das werde ich noch haben ich habe ja schon die größte säge man so die für 58.000 jobs ja ich auch okay was wie kann das dann nicht da rein passen also keine ahnung hab gedacht es gibt kein holz was noch dick ist ja ich muss es halt so machen und es wird ich ja wirklich ziemlich dick nehm mal ab ja ich bin ja gar noch an den am dach aber jetzt bin ich gar noch im lagerbereich ich habe nämlich schon mal mein haupthaus aufgebaut und werde aber noch meine richtige fabrik aufbauen werde hier noch lang kaufen also ich denke mal hier noch das lang kaufen weil da kommt hier meine autos hin die türen werde ich wahrscheinlich auch noch verschieben ich bin mir aber noch nicht ganz sicher dann werde ich hier hinten irgendwie die fabrik aufbauen ja dass das wird schon irgendwie klappen also hier sich ja mal die fabrik und shop werde ich auch noch bauen als wird dann später wird das hier mein shop das sind jetzt im moment hat noch die anderen sachen die geschenke und alle ja einfach noch das zeugs erst noch holz wo gar nicht lebt keine ahnung wie das dort hingekommen ist hier bleibt backt holz rum und hier mache ich jetzt gerade die türe aus nur schluss und hier wird siehst du damit mein zeugs alle die geschenke entschlitten denn habe ich aus versehen schon mal ausgepackt ich weiß auch nicht wie man das passieren konnte ja das werden so ein bisschen dann am schluss mein job wenn ich überall fertig also wenn ich das alles verbaut habe was sollte ja die werde ich auch in shop stecken die raketen ding die werde ich dann noch eine extra abschuss rampe bauen aber sonst wird ja alles ich habe drei augen hier von einem freund geschenkt bekommen so wie die ganzen geschenke und die äxte habe ich auch geschenkt bekommen von meinem freund und das auch hier dann habe ich noch einen wagen das habe ich selber gekauft da habe ich noch glasscheiben aber ja soll uns nicht weit auf dinken wir sind alle meine äxte schön fair gemacht also gekauft und ja eigentlich gekauft und ja ich bin jetzt hier eben noch an der tür dran was machst du gerade ja auf jeden fall was schönes wenn es so still ist ja meine videos also jetzt so die videos werden ungefähr zehn minuten bis 15 minuten lang sein ja und wenn ihr wollt oder profi seid in dem spiel könnt ihr mir auch helfen und zwar könnt ihr entweder einen kommentar schreiben zuerst mal was ich als nächstes machen soll wenn ihr profi seid oder sonst mitspielen wollt könnt ihr mir unten dran den roblox also in die kommentare den roblox namen von euch schreiben und dann könnt müsst ihr noch schreiben dass ihr mitspielen war dann könnt ihr mir helfen dass ich ein bisschen größer werde alles aufbauen kann dann können wir über das ts oder über über steam oder über skype schreiben vielleicht sogar auch sprechen ist mir relativ egal ja es werden auch vielleicht noch minecraft videos kommen es kommt darauf an wie gut dass ich ankomme bei euch wenn ich wenn ich ein ein paar likes also 10 likes dann sehe ich ja ich komm gut an dann werde ich vielleicht noch minecraft beginnen habe schon mal ein video gemacht aber da also über minecraft aber da hat es mir den sound nicht aufgenommen ja jetzt müssen wir noch dran gehen und uns die ding nehmen wieso liegt dort nirgst das ist nirgst ja die packt hier im drin nein die komm hier runter nein so du gehörst hier rein ja ganz viele exe also ich bin wirklich zugehäuft mit den teilen aber ich brauche auf jeden fall noch mehr weil ich mir auch so einen shop aufbauen wie chicken hat und für das brauche ich ein ding ja wenn wir uns warum habe ich jetzt die axt weggelegt videos werden nicht regelmäßig kommen das kommt jetzt davon wie ich zeit habe und wie er zeit habt aber eigentlich sicher mal jede woche ein video mindestens es kommt darauf an ob es euch gefällt ob sich mein kanal ein bisschen steigert dass mehr leute dazu kommen das werde mich natürlich sehr sehr freuen aber ja das ist irgendwie stumm stumm und leise warum auch immer weiß nicht was mit ihm los ist hallo egal der nächsten part wird auf jeden fall dabei sein und gut die ersten zehn minuten wurden schon befüllt heute werden es denke ich 15 minuten aber im moment läuft noch nicht so viel wir werden dann schon mal noch blaues holz formen gehen habe ich zwar noch und dann werden wir mal noch das entwut anschauen wo das liegt ja schön 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 und wenn ihr mir helfen wollt das würde mich sehr freuen und auch wenn ihr das video bewertet das würde mich auch sehr sehr groß freuen und ja dann hoffe ich mal euch gefällt das was ich mache ihr könnt mir auch ein spiel darunter schreiben wo ihr möchtet und wenn es dann relativ viele likes hat das kommentar werde ich mal probieren ob ich das spielen kann aber es kommt es muss mir natürlich auch gefallen ja mein kollege hier der stumme kollege den werde ich in der infobox verlinken der hat auch videos also ja relativ witzige videos ist aber auch noch nicht der grösste youtuber aber ich werde ihn euch mal verlinken also ich würde mich sehr sehr freuen wenn ihr dort auch mal das eine oder andere abo da lässt und in kommentar schreibt dass er weiß ja dass ihr auch da seid ja da hat da kann man feuerwerk hoch gelassen werde ich zum schluss des videos auch noch eins hoch lassen ja ja es reicht ja es reicht und ja dann würde ich mal sagen wenn ich das holz hier doch durch die sägemaschine mach gehe ich noch mal zu ihm und dann sagen oder sage ich alleine schau das video wird heute gleich online kommen wir werden jetzt noch ein bisschen vor produzieren aber das erste video also für das erste richtig gute video ich habe jetzt auch schneideprogramm und alles dies das nitro habe ich ja auch erstellt wenn ihr es noch wenn ihr schon gesehen habt ja wahrscheinlich habt ihr schon gesehen weil ich das an diesem video an machen macht ja ja dann sage ich schon mal danke fürs zuschauen am schluss werde ich noch eine rakete hoch lassen und dann war es das für diese folge lambert tycoon es werden noch ihr könnt mir auch ruhig noch andere spiele wie jailbreak und sonst noch an roblox spiele vor in die kommentare schreiben die könnte ich dann auch spielen wenn ihr wollt also ja je nachdem was ihr wollt das kommt ich habe jetzt mal gedacht ich beginne jetzt mal mit lambert tycoon ja das kann man so ein bisschen gut einläuten und an weihnachten werde ich sicher auch noch dazu hochladen wo das gelbe holz ist und sonst noch alle sachen vielleicht bringe ich sogar noch ein paar glitches oder hex aber das müssen wir noch schauen aber sonst ja wir sind jetzt schon 13 minuten lang ja dauer im holz holzen es soll jetzt mehr so ein gelaber video werden dies das ja das ist wie im nächsten part noch das restliche holz fertig also das darf noch fertig machen können darum bin ich jetzt so schnell holz eingegangen ja ich habe die ganz große maschine dann gehe ich mal zum feuerwerk und dann verabschiede ich mich mal die tür finde ich passt rein ja dann setzen wir mal eine reine gold rakete schön hat auch wieder zwei und dann lassen wir auch mal noch eine ab das war zu viel scheiße egal ja dann schauen wir hier noch ein bisschen zu und da würde ich mal sagen bis bald ciao